Felix, schau mal, was da alles drin ist. Vitamin D für starke Knochen und Omega-3. Das ist gut fürs Köpfchen. HIP-Kindermilch-Kombiotik für ein gesundes Wachstum. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Jetzt gibt es noch mehr Gesundes für Kinder. Der neue HIP-Früchte-Spaß. Alles, was Kinder wollen. Alles, was Kinder brauchen.